Gut, dann geht es weiter. Ich weiß nicht, ab welchem Moment das abgebrochen ist. Während dem Film, ja? Oder habt ihr noch den Beginn gesehen? Donde se corto? Vielleicht kann mir kurz jemand eine Rückmeldung geben. Oder wir starten einfach von neun nochmal. Sind noch alle hier? Ja, es sind noch fast alle hier. Danke, so viel Geduld. Das ist ja schön. Okay, gut. Dann geht es los. Die Spannung wird immer stärker und größer. Okay. Ich hoffe, ihr habt euch in der Zwischenzeit gut ausgetauscht. Espero que se hayan conocido más. Ja. Okay. Und es geht noch mal los mit Gruppe 2. Gut, mit Gruppe 2. Viel Spaß. Bitte, dass Sie nicht in vorne und erschlafen sind. Gut, mit Gruppe 2. Und es geht noch mal los mit Gruppe 3. Gut, mit Gruppe 3. Gut, mit Gruppe 3. Gut, mit Gruppe 3. Gut, mit Gruppe 3. Ich danke Gott für das Essen. Amen. Ich danke Gott. 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 Okay. Wir kommen. Was? Leander, Leander, Leandro. Ich danke Gott. Ich danke Gott. Ich danke. Ja, ein Wort, das dieses Projekt abschließt. Eine Palabra, die kann mit der Erfahrung dieser Woche und auch jetzt sehen, die beiden Korten. Ok, ich habe mehr Zeit nachzudenken. Ich denke, es ist gut. Es ist gut, aber es wäre super gut, wenn jeder hier in diesem Raum steht. Ich sage euren Namen. Ich sage den Namen. Ich sage den Namen. Ihr dreht das Audio an und sagt ein Abschlusswort. Hat jeder ein Wort? Ja? Ja? Puede sein Español, Puede sein Alemán, Puede sein Portugues, Puede sein Ingles. Alles ist willkommen. Ok. Und es startet. Adrian. Ja. Hä? Entschuldigung. Fähigkeit und Teamarbeit. Fähigkeit und Teamarbeit. Danke, Adrian. Ok, es geht weiter mit Andrea. Lustig und wunderbar. Lustig und wunderbar. Danke, Andrea. Dominika. Traum und Albtraum. Spaß und Traum. Habe ich es richtig verstanden? Traum und Albtraum. Ah, Traum und Albtraum. Danke, Dominika. Ok, Daniel. Enric. Es war eine sehr gute Erfahrung. Eine sehr gute Erfahrung. Dankeschön, Daniel. Ok. Lara. Katoxa. Ja. Ja. Ähm. 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 Zusammensein. Zusammensein. Ist da 100. Dankeschön. Ok. Juliane Müller. Ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Felicitaciones. Dankeschön, Juliane. Dana. Spaß und wunderbar. Spaß und wunderbar. Dankeschön, Dana. Leandro. Fantastisch. 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 Rafaela. Es war sehr toll und eine wichtige Erfahrung. Dankeschön, Rafaela. Adel. Kreativ. 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 Anait. Es war interessant. Interessant. Danke. Daniel Thiem. Wichtig und super. Wichtig und super. Danke. Carla. Ich sehe leider kein Bild. Hallo. Urlaub. Wie? Urlaub. 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 Urlaub, ja? Ja. Ja, Dankeschön. Bianca. Wunderbar. Wunderbar. Danke sehr. Katharina. Es war total toll zu sehen, was ihr alles geschafft habt in der kurzen Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Fue muy bueno ver, que lograron este poco tiempo. Felicitaciones. Dijo Katharina. Ok. Andrés Espinosa. Si. Hallo. Hallo. Ja, habe alle, alle, alle gehört, aber tut mir leid, konnte keine Kamera an, weil meine Kamera kaputt ist und ich bin in Deutschland, aber ich arbeite in der Gutenbergschule und ich bin sehr, sehr froh von den Videos und von der Kreativität von den Kindern. Es war einfach genial. Super. Dankeschön, Andrés. Herzlichen Glückwunsch. Spaß und Unterhaltung. Spaß und Unterhaltung. Dankeschön. Kassandra. Bist du hier, Kassandra? Vielleicht nicht? Ok. Maria. Maria del Rocio. Rocio, Entschuldigung. Ich glaube, dass es viele Spaß gemacht hat und das ist aber alles sehr schön. Super. Danke, Maria. Ok. Wen haben wir jetzt noch nicht gesagt? Ich muss kurz schauen. Ich glaube, es waren alle. Kann das sein? Nein, Elena ist hier. Oh, und Pedro fehlt auch. Ja, ok. Elena. Viele Freunde. Viele Freunde. Oh, schön. Danke, Elena. Pedro. Oh, es war eine perfekte Gruppe nach weit. Es war wunderbar. Oh. Sehr schön. Danke sehr. Melanie. Kreativ und super. Kreativ und super. Melanie, du warst zu Begin auch dabei bei der Gruppe, stimmt's? Du warst in der Gruppe, ja? Ja. 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 Und dann bist du weg. Ich habe ein Problem, aber ich kann nicht graben. Ich konnte nicht graben. Ich konnte es nicht graben. Ich habe ich in der ganzen Truppe, aber ich hatte die ganze Zeit und ich musste das Ja, que lindo que estabas acá durante el proyecto. Okay, fehlt noch jemand? Alguien que no dijo algo? Anaid, hast du etwas gesagt? Ja, ich habe gesagt. Ja, du hast gesagt, alle haben etwas gesagt, okay. Wunderbar. Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Ich habe es gar nicht gesagt zu Beginn. Das waren jetzt Schüler und Schülerinnen aus der Gutenberg Schule in Ecuador, in Quito und auch von der Fernandes Madrid. Die Schulen in Brasilien weiß ich jetzt nicht die Namen. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Vielleicht kann das noch jemand eintippen, dann kann ich es noch sagen. Oder jemand jetzt sagen, ganz live, der die Schulen kennt. Oder vielleicht die Schüler und Schülerinnen. Aus welchen Schulen seid ihr? Wie ist der Name von den Schulen? Pedro. Meine Schule? Ja. Nein, ich kann es sagen. Ah, okay. Ah, ich habe gesagt. Okay, Pedro beginnt, dann Rafaela. Okay. Meine Schule ist College of San Antonio. Ja, danke schön. Nein, meine ist Provincia de San Pedro. Okay. Gibt es noch eine andere Schule? Oder sind es diese zwei? Nein. Nein. Meine Schule heißt still. Centro Interescolar de Linguist. Okay, danke schön. Meine Schule ist Eskalbaron do Rio Branco. Vielen, vielen Dank an alle. Danke für eure Geduld. Ich freue mich sehr, dass es so gut geklappt hat. Und ich bin sehr begeistert von euch. Ja, muchísimas gracias. A cada uno y cada una. Estoy muy fascinada que bien, que funcionó todo. Y ahora estamos en contacto. También me pueden escribir, si quieren. Okay, wir sind jetzt in Kontakt. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr eine Frage habt. Oder auch ein Projekt macht. Und vielleicht Unterstützung braucht. Ja. Und ein großes Dank. Lara schreibt, es war sehr schön. Ja, es war sehr schön. Und ein großes Dank an das Goethe-Institut und an PASCH, die dieses Projekt ermöglicht haben. Ja. An Katharina, die meine Hauptansprechperson war. Ja, Katharina, que era la coordinadora. Und an viele anderen auch. Jetzt muss ich noch schauen, wer hier alle noch beteiligt ist. Wollt ihr vielleicht euch kurz vorstellen? Oder habt ihr euch schon vorgestellt? Se quieren presentar o ya se presentaron? Los que están adentro de ese proyecto, tan lindo. De PASCH? Gerne, Juliane. Wir können uns auch noch mal kurz vorstellen. Also ich bin Lara Cardoxo. Ich bin PASCH-Assistentin hier in Brasilien am Goethe-Institut São Paulo. Und ihr habt bestimmt, also mindestens die Brasilianer haben schon von mir gehört, viele E-Mails getauscht. Und meine Kollegin Carla ist noch hier und Juliane, unsere Leiterin, sind auch noch hier. Schön. Genau, und Lara hat hier schon alles gesagt. Mein Name ist Juliane und Katharina hat es auch schon in den Chat geschrieben. Also Carla, Lara und ich, wir sind von dem Team aus São Paulo. Genau. Und die Schüler haben auch schon E-Mails von uns bekommen. Ja. Okay, und hier ist auch noch Carla, genau. Super, freut mich auch, dass ich euch so kennenlerne. Ja, gut. Dann kommen wir zu unserem Abschluss. Und zwar reiben wir uns die Hände. Ja. Wenn wir einen Film drehen, haben wir normalerweise eine Klappe. Ja. Jetzt haben wir keine Klappe. Wir haben eine eigene Klappe. Eine Handklappe. Das heißt, wir werden gemeinsam einen Klatscher machen. Okay. Unapplaus. Und damit ist diese Aufführung, diese Vorführung beendet. Seid ihr bereit? Oder ohne Ton? Ah, mit Ton. Ja, bitte. Dreht alle euren Ton auf. Und an dos. Sus audios. Alle Ton an. Ton an. Wir machen einen Klatscher. Frieren ein. Schauen uns in die Augen. und dann gibt es einen großen Applaus. Okay? Okay. Wunderbar. Wir reiben unsere Hände. Ich möchte die Hände reiben hören. Von allen Orten. Aus Basivien, aus Ecuador, aus Deutschland. Ja. Okay. Und? Schauen in die Kamera. Schauen wir. Und? Dankeschön. Dankeschön. Ein großer Applaus an alle. Einen wunderschönen Nachmittag, Abend und einen guten Schulstart. Que tengan un muy buen, una muy buena tarde y un muy buen comienzo de los colegios. Danke. 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 Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Good night. Buen tiempo. I don't wanna go. Bye. Bye. Leandro. Hasta pronto. Bye. Thank you so much. Tschüss! Que te vaya bien con tus idiomas! Thank you so much! Tschüss! Tschüss Daniel! Tschüss Melanie! Ja! Könntest du mich in der WhatsApp-Gruppe hinzufügen? Ja, bitte! Kannst du mir hier eine Nachricht schreiben mit deiner Telefonnummer? Ich habe deine Telefonnummer nicht bekommen. Ja, ich habe eine Nachricht schon schreiben. Hast du? Ja, wirklich? An mich auch? Ah, hier! Okay, du hast mir schon geschrieben. Hallo! Ja, Moment! Ich schreibe dir. Gut! Mach ich! Okay! Tschüss! Tschüss!